Hallo, schön, dass du da bist. Heute wollen wir unseren Lungenenergien etwas Gutes tun, um unser Immunsystem zu stärken und dabei auch unsere Weichi, unser Schutzschild. Wie fast bei jeder Qigong-Übung, beginnen wir zunächst mit Schütteln und Klopfübungen, um unseren Körper zu lockern und geistig im Hier und Jetzt anzukommen. Beim Schütteln gibt es nichts Falsches oder Richtiges, du kannst langsam damit anfangen und die Intensität nach und nach steigern. Dabei richtest du deine Aufmerksamkeit auf deinen Körper, spürst, wie er sich anfühlt, wo er möglicherweise verspannt ist und kannst dich entsprechend mehr oder weniger entspannt schütteln. Gerne kannst du durch die Nase ein- und durch den Mund ausatmen, damit der verbrauchte Energie abgeleitet werden kann. Nun kommt ja noch nicht nach dem Kopf und den Blick in die Nase ein- und durch den Mund ausatmen. Ja, dass du dich befindelt kannst du durch die Nase ein- und Physik und die Nase ein- und Durchs exercise. Untertitelung des ZDF, 2020 Als nächstes machen wir mit der Wirbelsäulenatmung weiter. Diese Übung ist ideal, um Verspannungen loszuwerden und den Energiefluss in der Wirbelsäule zu stimulieren. Die Wirbelsäule kann man sich wie eine Autobahn vorstellen und wenn die Autobahn frei ist, kann die Energie frei fließen. Nimm dabei bitte deine Atmung auch mit und während du dich bewegst, atme entspannt ein und entspannt aus. Jetzt machen wir mit Klopfübungen weiter. Beim Klopfen ist es wichtig, dass du mit einer lockeren Hand auf dich klopfst und dabei nicht so sanft, sodass du nichts spürst, sondern schon fest. Aber auch nicht so, dass du dir wehtust. Beim Klopfen wollen wir unser Blut und unsere Energie bewegen, deshalb müssen wir es auch spüren. Klopfen ist es wichtig, dass du mit einer lockeren Hand auf dich klopfst, dass du mit einer lockeren Hand auf dich klopfst, dass du mit einer lockeren Hand auf dich klopfst. Klopfen ist es wichtig, dass du mit einer lockeren Hand auf dich klopfst, dass du mit einer lockeren Hand auf dich klopfst, dass du mit einer lockeren Hand auf dich klopfst. Klopfen ist es wichtig, dass du mit einer lockeren Hand auf dich klopfst, dass du mit einer lockeren Hand auf dich klopfst. Klopfen ist es wichtig, dass du mit einer lockeren Hand auf dich klopfst, dass du mit einer lockeren Hand auf dich klopfst. Klopfen ist es wichtig, dass du mit einer lockeren Hand auf dich klopfst, dass du mit einer lockeren Hand auf dich klopfst, dass du mit einer lockeren Hand auf dich klopfst. Klopfen ist es wichtig, dass du mit einer lockeren Hand auf dich klopfst, dass du mit einer lockeren Hand auf dich klopfst, dass du mit einer lockeren Hand auf dich klopfst, dass du mit einer lockeren Hand auf dich klopfst. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich möchte Dich beim Üben nicht mehr stören und Dich in Ruhe lassen. Schau bitte genau hin, wie ich die Übungen mache und achte auf meine Hinweise dazu, wann Du ein- und ausatmen solltest. Bleib bitte dabei natürlich mit Deiner Atmung und Bewegung. Finde einen guten Rhythmus für Dich, der sich entspannt anfühlt. Falls Du Fragen zu den Übungsteilen hast, schreibe sie bitte unten in die Kommentare. Wenn Du beim nächsten Mal wieder dabei sein möchtest, abonniere bitte meinen Kanal, damit Du nichts verpasst. Viel Spaß! Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.